Danke, Herr Wagner. – Zu einer Kurzintervention hat sich Herr Schäfer-Gümbel, Vorsitzender der SPD-Fraktion, gemeldet. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Lieber Herr Kollege Wagner, es gebe ganz vieles zu sagen, aber dazu werden die zwei Minuten nicht ausreichen. Ich will aber zu drei Punkten wenigstens kurz Anmerkungen machen. Erstens. Ihr Eigenlob in Sachen Sozialwohnungsquote beim Polizeipräsidium in Frankfurt ist das Ergebnis des harten politischen Drucks von Maik Josef. Das ist hier auch in der Anhörung deutlich geworden. Weil er das ausgeführt hat, haben Sie sich anschließend darüber aufgeregt, dass er aus den internen Gesprächen erzählt hat. So viel zur Redlichkeit in der Debatte. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Ich merke das seit Wochen, dass Sie das anlegen, dass unsere Formulierung, dass man zum Bauen eben auch Baumaterialien braucht und nicht nur darüber reden darf und dass das übersetzt wird mit Bauen, Bauen, Bauen. Herr Boddenberg ist heute zugespitzt mit Bauen, 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 Bauen. Dass das versucht wird, in eine in der Tat völlig verkorkste Städtebauentwicklungspolitik der 60er- und 70er-Jahre zu übersetzen. Das ist nicht in Ordnung. Sie wissen, dass wir in Fragen der sozialen Stadterneuerung engstens zusammengearbeitet haben in den letzten Jahren. Ich will darauf verweisen. Ich hätte mir gewünscht, dass beispielsweise beim Verkauf der Hegemack-Wohnungsbaubestände aus dem Darmstädter Bauverein, das nicht an einen privaten Investor gegangen ist, aber die damalige schwarz-grüne Mehrheit, grün-schwarze Mehrheit, unter Anführungen meines sehr geschätzten Kollegen Jochen Patsch, war nicht bereit, mit dem öffentlichen Wohnungseigentümer statt Gießen darüber überhaupt ernsthaft zu verhandeln. Ein letzter Punkt. Sie haben sich ebenfalls für die Mittel und die Konzeption beim Polizeipräsidium gelobt. Über die Frage der allgemeinen Wohnungsbau und Mittel und das, was Sie hier leisten, hat der Kollege Schmitt gestern und heute schon die Luft herausgelassen. Ich will nur noch einen einzigen Punkt ergänzen. Ich würde all Ihre Bemerkungen sehr ernst nehmen und auch wertschätzend aufnehmen, wenn es nicht einen ganz kleinen Umstand gebe, dass Sie nämlich beim Verkauf der Fläche beim Polizeipräsidium auf eine Bauauflage, genau um das zu erreichen, was Sie ja alles erzählt haben, verzichtet hätten. Das ist der Lackmustest darüber, ob man es ernst meint oder nur Sonntagsreden hält. Danke, Herr Schäfer-Gümbel. – Herr Wagner, Sie haben Gelegenheit zur Antwort. Herr Kollege Schäfer-Gümbel, ich habe ausdrücklich auf diesen Streit in wohnungsbaupolitischen Fragen zwischen der Stadt Frankfurt und dem Land verzichtet, weil ich glaube, es interessiert keine Mieterinnen und keinen Mieter. Es interessiert einfach keinen. Im Ergebnis haben wir beim Verkauf des Polizeipräsidiums Frankfurt das realisiert, was die Stadt Frankfurt mit der Mehrheit aus CDU, SPD und GRÜNEN gewollt hat. Wir sind dabei nicht stehen geblieben, sondern wir nutzen die Verkaufserlösung, um noch einmal deutlich mehr für den Wohnungsbau zu machen. Es ist ein besseres Ergebnis, als es jemals vorher von irgendwem gefordert wird. Können wir uns darauf wenigstens einmal einigen? Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN – Zuruf des Abg. Janine Wissler Meine Sorge, dass Ihre Politik aus Glas, Beton und Stahl wieder in die Fehler der 70er-Jahre führen, ist aus meiner Sicht nicht unbegründet. Wenn ich lese, dass von Sozialdemokraten mit Blick auf das neue Frankfurter Baugebiet eine Debatte darüber geführt wird, ob die Mindestabstandsflächen zu Hochstromtrassen eingehalten werden müssen oder nicht, dann erinnert mich das fatal an die 70er-Jahre, wo Bauen, Bauen, Bauen über alles ging und man sich nicht mehr an Standards gehalten hat. Die Debatte wird komplett bigott, Herr Schäfer-Gümbel, wenn auf einmal Sozialdemokraten diese Abstandsflächen zu Hochspannungsleitungen kritisieren und den Eindruck erwecken wollen, dadurch solle irgendetwas verhindert werden, wenn es Ihre Fraktion war, mit Drucksache 19-967, die genau diesen Mindestabstand zu Hochspannungsleitungen zur Wohnraum gefördert hat, dann müssen Sie sich schon fragen lassen, ob Ihre Politik aus Glas, Beton und Stahl wirklich durchdacht ist oder ob es nur hier geht, irgendwelche Nummern aufzuführen, Herr Schäfer-Gümbel. Das müssen Sie sich dann schon fragen lassen. Nein, es geht nicht nur um eine Politik aus Glas, Beton und Stahl, sondern es geht um den sozialen Zusammenhalt von Quartieren, es geht um die ökologische Entwicklung eines Quartiers und es geht auch darum, dass wir die Kriterien für den Gesundheitsschutz von Menschen einhalten, die wir eigentlich alle für richtig finden. Beifall bei dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und bei Abgeordneten der SPD Danke, Herr Wagner. – Nun hat Herr Lenders für die FDP-Fraktion das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wohnen ist ein Grundbedürfnis der Menschen, die für sich entscheiden, wie sie wohnen und wo sie wohnen. Das ist Ausdruck von Persönlichkeit und unterliegt einer Veränderung der entsprechenden Lebensphase. Meine Damen und Herren, viele Menschen in Hessen können nicht mehr frei entscheiden und haben nicht mehr die Chance, ihre Persönlichkeit beim Wohnen zu entfalten, weil sie viel zu viel ihres Einkommens dafür aufwenden müssen und in einer Abwägung sind, wie es mit den anderen Bedürfnissen ist. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN – Zurufe von der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN – Ich habe gestern gesagt, dass die Baugenehmigungen in den ersten zwei Monaten zurückgegangen sind. Das gebe ich gerne zu. Das habe ich aus einer Pressemitteilung. Da müssen manche Journalisten vielleicht auch ihre Recherchen überprüfen. Ich will das gerne richtigstellen. Wir haben in den ersten vier Monaten tatsächlich im Verhältnis 2018 zum 2017 es tatsächlich geschafft, 300 Wohnungen mehr zu bauen. Das ist jetzt die große Erfolgsbilanz. Okay, es gehen die Baugenehmigungen nicht zurück, aber es sind 300 Baugenehmigungen mehr. Einverstanden. So viel zur Redlichkeit. Aber, meine Damen und Herren, dass die Landesregierung mittlerweile verlorene Zuschüsse zahlt, damit überhaupt noch irgendjemand in den Wohnungsbau investiert, oder auch die Mietpreisbremse bei der Nassauischen Heimstätte jetzt eingeführt wird, ist nichts anderes als der Offenbarungseid bei der Wohnungsbaupolitik dieser CDU-geführten Landesregierung – das ist ein Offenbarungseid. Ich habe heute viele gute Reden gehört, die ich in vielen Punkten noch teilen kann. Aber wenn ich mir anschaue, Herr Boddenberg hört mir bestimmt auch gleich wieder zu, oder Herr Wagner, das alles, was Sie gesagt haben, entspricht eben überhaupt nicht dem, was Sie an Bilanz vorzuweisen haben. De facto ist es so, dass zu wenig Wohnungen neu entstehen, und die ganzen Instrumente, die Sie angewendet haben, greifen nicht. Aber anstatt einmal mit der Frage auseinanderzusetzen, woran liegt denn das, schieben Sie eigentlich immer nur eine Antwort hinterher, wir geben noch mehr Geld in die Förderung. Sie haben es eben wunderbar beschrieben, das wird so nicht funktionieren. Nur wenn wir das Angebot von Wohnungen einmal wieder über die Nachfrage bringen, von der Menge her, dann haben wir vielleicht eine Chance, dass Mieten tatsächlich auch wieder sinken können. Nur wenn wir bei dem Bauen die Entstehung von Neubauten nicht permanent verteuern, und da spielt Politik eine riesengroße Rolle, dann wird es gelingen, dass Mieten nicht permanent steigen. Es wäre doch vielleicht klug, zu den Grundprinzipien der Marktwirtschaft wieder einmal zurückzukehren und nicht permanent staatswirtschaftlichen Ansätzen hinterherzulaufen. Meine Damen und Herren, der Ministerpräsident hat in einer Pressekonferenz, die wohl aus einer Veranstaltung resultiert, am Hessentag die Mietpreisbremse bei der Nassauischen Heimstätte verkündet. Er hat dann auch gesagt, dass die Landesregierung mit dem Wohnungsbaukoordinator den richtigen Schritt gemacht hat. Ich will nicht sagen, dass das der Weiß als letzter Schluss war. Aber dass der Wohnungsbaukoordinator gerade von seiner Landesregierung entlassen worden ist und es niemanden mehr gibt, der diese Stelle besetzt, meine Damen und Herren, das hätte der Ministerpräsident schon noch wissen sollen. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Dass das alles mit der Bilanz dieser Landesregierung beim Wohnungsbau nichts zu tun haben soll, können Sie niemandem mehr erklären. Sie können es niemandem mehr erklären, die Baulandoffensive, die jetzt sozusagen als Ersatz hinhalten soll. Frau Staatsministerin, Sie haben als erstes einmal die Allianz für das Wohnen ins Leben gerufen. Sie haben dann erst einmal getagt. Dann hat es die Baulandoffensive gegeben. Die Baulandoffensive bei der Nassauischen Heimstätte hat sich anderthalb Jahre damit beschäftigt, wer welche Aufgaben hat, wie die Gesellschaftsform ist, wer an welcher Gesellschaft beteiligt ist, wie man die Rechtsform richtig ausgestaltet und was man eventuell als Angebot den Kommunen machen kann. Meine Damen und Herren, das sind mittlerweile viereinhalb Jahre vergangen, ohne dass irgendein Baugrundstück geschaffen worden ist. Das ist Ihre Bilanz. Meine Damen und Herren, das finde ich dann auch herzallerliebst, wenn man sich in der Beiratssitzung einmal damit unterhält, mit denjenigen, die das machen. Ich finde das schon eine Frechheit, zu sagen, dass man die Baulandoffensive von der Nassauischen Heimstätte einsetzen müsste, weil die kommunalen Stadtbauräte es nicht fertigbringen würden. Denen müsste man jetzt einmal erklären, wie man die Grundstücke hebt. Da kommt zum einen zum Ausdruck, welches Misstrauen man den kommunalpolitisch Verantwortlichen gegenüber hat, aber auch, dass sich die Nassauische Heimstätte oder die Baulandoffensive nur mit Grundstücken beschäftigt, die wir alle schon kennen, wo wir alle wissen, dass sie theoretisch vielleicht für das Bauen zur Verfügung stehen. Da gibt es aber Widerstände von Eigentümern oder Rahmenbedingungen, warum sie nicht zum Bauen genutzt werden können. Die Baulandoffensive hat noch nicht ein Projekt, nicht eine Idee entwickelt, wo denn wirklich von mir aus ein gesamter neuer Stadtteil entstehen könnte, ein neues Baugebiet entstehen könnte. Sie hat nicht eine Idee dafür, wo es ein neues Grundstück gibt, das wir vorher nicht schon kannten, das vielleicht eine Entschärfung am Wohnungsbau bringen könnte. Das ist nicht eine Idee. Meine Damen und Herren, das ist Ihre Bilanz. Das ist Ihre Bilanz, und das müssen Sie sich auch einfach auf der Zunge zergehen lassen. Zu Ihnen gehört eben auch eine Zersplitterung der Kompetenzen. Die Kompetenzen, was die Landesentwicklung anbelangt. Wir hatten gerade die Anhörung zum Landesentwicklungsplan. Da wird das sehr deutlich. Dieses Auseinanderfallen der Kompetenzen bei der Bauordnung, bei der Städtebauförderung oder beim Wohnungsbau. Die Forderung nach einem Bauministerium ist richtig, damit diese Kompetenzen wieder zusammengeführt werden, damit man das wieder einheitlich denkt und nicht aus der Sicht eines Umweltministeriums versucht, hier im Grunde wirtschaftspolitisch, infrastrukturpolitisch und Wohnungsbaupolitik zu treiben. Das ist einfach ein Auseinanderfallen der Kompetenzen, und Ihre Bilanz ist ein Ergebnis davon. Beifall bei der LINKEN und bei Abgeordneten der SPD Jetzt noch einmal ein Blick auf die bösen Privaten. Das ist hier auch ein paar Mal gefallen. Es ist richtig, dass eine Nassauische Heimstätte immer über Portfolio nachdenkt, immer auch wirklich versucht, Wohnungen zu kaufen, neu zu bauen oder auch an den Markt zu bringen. Daran ist überhaupt nichts zu kritisieren. Es sind gerade auch die privaten Investoren. Herr Boddenberg hat es eben gesagt. Wir werden es allein als Staat nicht stemmen können. Wir werden die privaten Investoren brauchen, um das Problem im Wohnungsmarkt anzugehen. Eines sollte man auch nicht vergessen. Es sind vor allen Dingen die privaten Vermieter, die den größten Teil auch von gerade günstigem Wohnraum anbieten. Es sind vor allen Dingen die privaten Vermieter, die die meiste Zeit auf Mieterhöhungen verzichten. Es sind die Privaten, die darauf verzichten, über Jahre hinweg, weil sie zufrieden sind, wenn sie einen guten Mieter haben, der pünktlich seine Miete zahlt. Dann haben sie ein vernünftiges Verhältnis miteinander. Meine Damen und Herren, es ist einfach ein falsches Bild, das hier teilweise von privaten Investoren gezeichnet wird. Ich will das zum Schluss noch einmal kurz sagen. Ja, wir haben einen Interessenkonflikt. Wir haben einen Interessenkonflikt, wenn wir uns über den Wohnungsbau unterhalten. Da gibt es landwirtschaftliche Flächen, die verloren gehen. Da gibt es Gewerbegebiete, die vielleicht nicht mehr wachsen oder nicht mehr ausgewiesen werden können. Es gibt das Problem der Flächenversiegelung und der flehenden Infrastruktur. Es gibt das Problem der Abstandsregelung. Aber, meine Damen und Herren, nur weil mir jetzt einmal eine Abstandsregelung nicht passt, kann ich natürlich nicht immer wieder die Rahmenbedingungen verändern wollen. Das funktioniert nicht. Herr Wagner, das gilt aber auch für die GRÜNEN an anderer Stelle. Herr Lenders, kommen Sie zum Schluss? Ich komme zum Schluss. Meine Damen und Herren, ich glaube, dass wir das Problem tatsächlich nur lösen werden, wenn wir neu bauen und gerade bei den Interessenkonflikten, die es ohne Zweifel gibt, den Wohnungsbau dann aber eine Priorität einräumen. – Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, Herr Lenders. – Für die Landesregierung spricht nun Staatsministerin Hinz. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich will auch kurz den Blick in die Vergangenheit richten, weil der Fraktionsvorsitzende der SPD das sozusagen zum Anker gemacht hat seiner Rede und des Antrags der SPD. Ich möchte darauf eingehen, welche Bevölkerungsvoraussagen es gab im letzten Jahrzehnt. den Abschlussbericht aus dem Jahr 2007 der Enquete-Kommission demografischer Wandel dieses Landtags zitieren. Da haben übrigens alle aus dem Landtag mitgearbeitet, alle Fraktionen. Wir werden weniger, heißt es da. Die hessische Bevölkerung wird entsprechend der Schätzung der mittleren Variante des Hessischen Statistischen Landesamts bis 2020 noch um etwa 32.000 Personen wachsen. Danach wird die Bevölkerung in Hessen bis 2050 um rund 600.000 Personen zurückgehen. Das war die allgemeine Prognose für Hessen, an der sich natürlich auch Fraktionen in der Politik orientiert haben. Die Handlungsempfehlung der SPD-Fraktion im Hessischen Landtag zum Thema Wohnen im Jahr 2007 war, bei allen Planungen müssen die Grundsätze Umbau vor Neubau bzw. Umgestaltung vorhandener Siedlungen vor Ausweisung neuer Siedlungsflächen beachtet werden, aufgrund dieser Bevölkerungsprognose. Das war der Stand von damals. Danach wurde natürlich auch die öffentliche Wohnungspolitik ausgerichtet. Die Zahl der sozialwohnungssuchenden Haushalte in Hessen war seit ihrem Höchststand im Jahr 1991 bis 2009 deutlich zurückgegangen. Am 01.11.2009 waren in Hessen noch etwa 41.000 Haushalte registriert. Im Jahr 1991 waren dies noch weit über 100.000. Das heißt, es gab auch einen Rückgang von wohnungssuchenden Menschen um fast 60 %. Natürlich hat so etwas Auswirkungen auf die öffentliche Wohnungspolitik, mit der wir uns jetzt umschlagen, mit diesen Voraussagen, mit diesen Prognosen und mit der fast Einstellung der öffentlichen Wohnungsförderung. Damit haben wir heute alle ein Problem. Wir haben jetzt auch einmal das Archiv des Landtags durchforstet. Es ist aus dieser Zeit auch kein Antrag der SPD bekannt auf den Bau von mehr Sozialwohnungen. Deswegen gehörte ich zur Redlichkeit dazu, dass man sagen muss, okay, wir haben uns damals alle darauf ausgerichtet, dass wir weniger sozial geförderten Wohnungsbau brauchen. Das hat sich inzwischen geändert, meine Damen und Herren. Genau dasselbe Bild zeichnet sich ab, oder gerade deshalb, wenn man sich die Zahlen der aus der Bindung fallenden Wohnungen anschaut. Die sind ursprünglich alle nach dem Krieg gebaut worden. Weil es einen hohen Bevölkerungszuwachs gab, sind Sozialwohnungen mit einer gewissen Bindungsfrist gebaut worden. Die fallen jetzt vermehrt aus der Bindung. Man hat ab dem Jahr 1995 bis 2000 nicht mehr nachgearbeitet, weil alle davon ausgegangen sind, wir werden weniger. Es gibt weniger Kinder, es gibt quasi keinen Zuzug. Wir werden weniger. Das Auslaufen der Bindungen ist kein hessisches Problem. Das will ich ausdrücklich deutlich machen. In der Tat ist es so, dass in Hessen in den letzten zehn Jahren, nämlich zwischen 2007 und 2016, 26,9 % der Sozialwohnungen aus der Bindung gefallen sind. Das ist bitter, keine Frage. Aber in Brandenburg waren es im gleichen Zeitraum gar 46 %, in Berlin ebenfalls deutlich mehr als in Hessen, nämlich 36 %. Auch im Land Nordrhein-Westfalen, der sogenannten Herzkammer der Sozialdemokratie, waren es zwischen 2006 und 2015 37 %. Wir haben überall bundesweit mit diesem Problem zu kämpfen. Deswegen gilt es jetzt, eine Aufholjagd zu organisieren. Wir können uns gerne an den Statistiken weiterhangeln, weil sie so fixiert sind, auch auf die Frage, wer hat was versäumt und so weiter. Wir haben nicht nur Belegungsrechte gesichert, mit neuen Programmen in den letzten Jahren, sondern wir liegen bereits 2016 auf Platz 3 der Länder, die sozialen Wohnungsbau schaffen, ausweichlich eine Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, welche Fraktion es war, aber ich kann Ihnen auch die Drucksachennummer nachher nachliefern. Meine Damen und Herren, wir sind also gut unterwegs. Bereits 2015 haben wir alle maßgeblichen Akteure am Wohnungsmarkt in Hessen an einen Tisch geholt für die Allianz für Wohnen. Ich halte so ein breites Bündnis für richtig, nachdem der Wohnungsbeauftragte nicht entlassen wurde, Herr Lenders, sondern er ist gegangen und hat einen lukrativen Job angenommen in der Wohnungswirtschaft. Das gönne ich ihm. Aber wir wollen hier dann schon bei der Wahrheit bleiben, auch in dieser Debatte. Das Instrument Allianz für Wohnen hat sich bewährt. Ich freue mich, dass Akteure wie Haus & Grund und Hessischer Mieterbund hier konstruktiv zusammenarbeiten. Wir haben viele neue Instrumente geschaffen, und zwar im Konsens, z.B. die Konzeptvergabe, den Leitfaden zur Innenentwicklung, auch die Baulandoffensive. Herr Lenders, natürlich geht es bei der Baulandoffensive darum, Kommunen zu unterstützen, die keine schlagkräftigen Bauverwaltungen haben. Das sind in der Regel kleine Kommunen. Die haben nicht diese Schlagkraft. Das ist einfach so. Wir haben 50 Anfragen bei der Baulandoffensive. Das kommt ja nicht von ungefähr. Es sind schon fünf Machbarkeitsstudien fertig, und weitere werden demnächst fertig werden. Ich bin mir sicher, dass die Kommunen dann gesicherte Grundlagen Entscheidungen für die Bebauung der schwierigen Grundstücke treffen können, die die Baulandoffensive in den Machbarkeitsstudien benannt hat, wie sie entsprechend an die Stadtentwicklungsverbände gebracht werden können bzw. welche privaten Investoren und Entwickler dort die Bebauung herstellen können. Wir sind da keine Konkurrenz zu den privaten. Das will ich ausdrücklich sagen, meine Damen und Herren. Die Nassauische Heimstätte ist unser wichtigstes Instrument zur Bereitstellung von bezahlbarem Wohnraum. Wir sind unschlagbar als große Wohnungsgesellschaft landesweit mit einem Mietpreis von 5,71 €, in Frankfurt 4,64 €. Ich finde, da kann sich eine andere große städtische Wohnungsbaugesellschaft eine Scheibe von abschneiden, genau wie bei der Frage der Umlage für Wohnungsmodernisierung. Unschlagbare 6 % werden maximal erreicht werden in den nächsten fünf Jahren. Ich glaube, dass sich andere gerne daran orientieren können, denn das ist wirklich etwas, was zusätzlicher auf Mieten draufkommt, bei Instandhaltung, bei Modernisierung. Wir begrenzen also nicht nur für geringe und mittlere Einkommen, sondern auch dann, wenn alte Wohnungen wieder instand gesetzt werden. Frau Hinz, ich weise auf die Redezeit hin. Ich komme zum Schluss, meine Damen und Herren. Die Landesregierung ist nicht nur für den Neubau von Wohnungen zuständig, sondern wir betreiben auch Stadtentwicklung, damit wir lebenswertes Wohnen gestalten und nicht nur in Glas, Beton und Stahl machen. Ich glaube, dass es sinnvoll ist, dass wir nicht nur Stadtentwicklung betreiben in den Quartieren, die es schon lange gibt und Reparaturen machen, sondern dass wir mit dem neuen Programm nachhaltige Stadtentwicklung, nachhaltiges Wohnumfeld, Gestaltung auch Kommunen unterstützen, bei der Einrichtung von neuen Quartieren soziale Infrastruktur und grüne Infrastruktur darzustellen. Denn wir wollen, dass die Menschen bezahlbare Wohnungen haben, nicht nur ein Dach über dem Kopf, sondern auch gerne in ihren gemischten Quartieren leben. Das ist die Wohnungspolitik der Landesregierung, und so werden wir sie auch weiterfahren. – Herzlichen Dank. Danke, Frau Ministerin. – Wir sind am Ende der Aussprache zu diesen Tagesordnungspunkten angelangt. Uns haben jetzt mehrfach Hinweise erreicht, dass wir beide Anträge in den Ausschuss überweisen. Da regt sich kein Widerspruch. Dann machen wir das so. Die Anträge 6552 und 6551 werden zur weiteren Beratung in den Umweltausschuss überwiesen.